Basketball. Die DC Timberwolves waren jetzt zu Gast beim Kooperationspartner FC Bayern München. Beim Freundschaftsspiel können die Wölfe lange Zeit als gleichwertiger Gegner mithalten. Erst in den letzten Minuten setzen sich die Bayern aber durch und gewinnen mit 80 zu 68. Für Headcoach Andreas Keineder aber kein Grund traurig zu sein. Er bewertet den Ausflug als eine sehr gute Erfahrung für die Mannschaft der Timberwolves.